Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute unseren Ganzheitsmediziner Dr. Ingfried Hobert zu Gast und er war schon auf 25 Ländern, die er bereist hat und wirklich geschaut hat, was gibt es für Möglichkeiten, um bei dem Thema Heilung das alte Wissen aus den Kulturen zu nutzen, die wirklich gesund über 100 Jahre alt werden. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der steckt in uns drinnen, das ist nämlich die Darmgesundheit. Und viele kennen diese Beschwerden, Verstopfung, Durchfall, Blähungen und teilweise dann auch wirklich in Folge Blut im Stuhl. Und wie es dazu kommt und was es aus ganzheitlicher Sicht für Möglichkeiten gibt, wirklich da gute Wege zu finden, aus diesen Beschwerden rauszukommen, das erfahren wir heute von unserem Gast. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Ingfried. Ja, hallo, ich grüße dich. Ja, super. Also ein Dauerthema ist wirklich die Darmgesundheit. Es gibt so viele Menschen, die eben darunter leiden, nicht regelmäßigen Stuhl zu haben und eben im schlimmsten Fall dann auch noch Blut im Stuhl. Was sind so aus deiner Sicht wirklich so die Krankheitsbilder, die sich jetzt wirklich häufen aus deiner Sicht? Und ja, später komme ich noch auf weitere Fragen. Das würde mich jetzt mal interessieren vorerst. Naja, es stellt sich immer mehr heraus, dass der Darm das eigentliche Schlüsselorgan ist, aus dem Selbstheilung heraus entstehen kann, wo aber umgekehrt auch Selbstheilung blockiert werden kann. Und wir haben seit jetzt etwa 40 Jahren, untersuchen wir den Darm. Ich habe damals auch in den 80er Jahren meine Doktorarbeit schon über den Darm geschrieben. Das ist ein unglaublich spannendes Organ, das viel mehr mit unserer Lebensdauer zu tun hat, als Menschen bisher gedacht haben. Aber in den letzten 5, 6, 10 Jahren wird das immer deutlicher durch neue Studien, welche entscheidende Rolle ein gesunder Darm spielt in unserem System, wenn es darum geht, auf hoher Lebensqualität lange zu leben. Wir sehen es bei Heuschnupfen, wir sehen es bei Allergien, Nahrungsmittelallergien, wir sehen es bei Hashimoto. Wir sehen aber auch, dass der Ursprung, und das wird immer deutlicher, der sogenannten Low-Grate Inflammation oder Silent Inflammation, wie man heute sagt, im Darm liegt. Das heißt, schleichende Entzündungsprozesse entstehen durch Autoimmunreaktionen im Darm, wo der Darm Freund und Feind nicht mehr richtig unterscheiden kann, weil einfach zu viel Feindliches, Unnatürliches in das System reinkommt und dort Prozesse auslöst, die mit dem sogenannten Leaky Gut anfangen und dann enden in Entzündungsprozesse, die sich wie ein Schwellbrand über das System ausbreiten. Jetzt bist du natürlich Experte aus ganzheitlicher Sicht. Du gehst ja rein, dein Steckenpferd ist ja wirklich, du gehst an die Ursache der Krankheiten und pflasterst nicht oben rum mit Kortison und Ibuprofens. Und wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte den Darm, ich komme zu dir jetzt wirklich mit einer chronischen Darmentzündung. Was ist wirklich auch der Unterschied in der Diagnostik? Also der Klassiker war ja wirklich nur eine Darmspiegelung, wo viele ja kommen und sagen, man hat nichts gefunden. Und jetzt würde ich mal gern von dir erfahren, was machst du denn, was wirklich nochmal die Präzision der Diagnostik ausmacht, was eine Darmspiegelung einfach gar nicht schafft? Weil, weiß nicht, winkt der Pilz in die Kamera oder so? Ja, die Gastroenterologen staunen immer, wenn sie meine Befunde bekommen, was alles zu sehen ist. Weil sie können ja nur sehen, ist da ein Tumorgewächs, ist da ein Ulkus und Geschwür oder ist da nur eine Schleimhautrötung? Also sie sehen nur die Spitze des Eisbergs, sie sehen nur ein Prozent. 99 Prozent liegen aber in den verschiedenen Schichten des Darmes. Und er ist aufgebaut mit Mucosaschichten, dann kommen Fettschichten und dann kommen irgendwann die Darmebithelien. Und die werden durch sogenannte Tidejunctions, durch bestimmte Schlüsselenzyme werden die geschlossen gehalten. Und wenn sich diese Schichten ausdünnen, wenn also Giftstoffe aus der Nahrung, wenn Antibiotika, Kortison, Magensäureblocker, aber auch viele andere Medikamente oder giftige Bestandteile in der Nahrung dazu führen, dass diese schützenden Schleimschichten löchrig werden, dann treffen Giftstoffe direkt auf die Darmebithelien und diese Tidejunctions reißen auf und dann entwickelt sich ein zunehmendes Leaky Gut. Das heißt, Bestandteile aus dem Stuhl, die da eigentlich auch über den Stuhl weiter austransportiert werden sollten, gelangen jetzt in die Blutbahn und werden von dort direkt über die Fortader in die Leber gespült. Dort gehen dann auch die Leberwerte hoch. Und dann kommt es zunehmend zu einer Überschwemmung des gesamten Systems mit diesen Giftstoffen und den Autoimmunprozessen, die von diesen Giftstoffen ausgelöst werden. Also es sind sozusagen diese klassischen Autoimmunerkrankungen, die auch gerne mal als unheilbar deklariert werden. Was hast du da für Erfahrungen? Welche Autoimmunerkrankungen sind wirklich im Kern, im Darm und wie kann ich da aus ganzheitlicher Sicht mit verfahren? Also wir wissen heute, dass diese schleichenden Entzündungsprozesse zu all den chronisch degenerativen Erkrankungen führen. Das sind Erkrankungen, wo die Schulmedizin ganz, ganz wenig zu bieten hat. Schulmedizin war gut, als es darum ging, in der Antibiotikatherapie übertragbare Erkrankungen einzudämmen. Da hat sie über Jahrzehnte einen großen Vertrauensvorschuss bekommen. Sie ist aber nicht in der Lage, solche Entzündungsprozesse an der Ursache zu behandeln. Wenn wir jetzt mal die psychosomatischen Ursachen nochmal außen vor lassen und so die materiellen Ursachen anschauen, dann entstehen aus diesen Autoimmunprozessen entstehen die chronisch degenerativen Erkrankungen, zu denen gehören die kardiovaskulären Erkrankungen, Schlaganfall, Atherosklerose, Herzinfarkt. Dann aber auch die Stoppwechselerkrankungen wie Diabetes, die rheumatischen Erkrankungen, dann auch die Krebserkrankungen und die neurodegenerativen Erkrankungen, also Demenz, Alzheimer und so weiter. Und daraus folgt, dass 80 Prozent dieser chronisch degenerativen Erkrankungen sind auf eine Störung im Darmmilieu zurückzuführen, an der Ursache. Und 80 Prozent aller Menschen sterben auch an diesen Erkrankungen. Also es ersterben an den Folgen einer falschen Ernährung. Sterben mehr Menschen als an Viren und anderen Bakterien übertragbaren Erkrankungen. Die machen nur einen kleinen Teil aus im Vergleich zu dem Problem, das hier entsteht durch vor allem Giftstoffe in der Umwelt, Giftstoffe in der Nahrung, Nebenwirkungen von chemischen Medikamenten. Wenn immer ich ein chemisches Medikament nehme, zahle ich hinterher den Preis dafür. Das heißt, ich habe Nebenwirkungen, die immens sind. Antibiotika, die dazu führen, dass die schützenden Schleimschichten löchrig werden, der Leaky Gut entstehen kann, mit unglaublichen Auswirkungen auf das gesamte Leben. Und auf der anderen Seite eine Ernährung, die leider immer noch unterirdisch ist. Wir wissen, dass nur 18 Prozent der Menschen das Wissen um Nahrung, um die Gesundheit von Nahrung auch umsetzt. Früher war es so, die Menschen haben ganz viel geglaubt und sie haben nichts gewusst. Heute ist es so, wir wissen unendlich viel, noch nie ist schon ganz so viel Wissen zur Verfügung und für jedermann abrufbar. Aber wir glauben nicht an das, was wir wissen. Zumindest nicht so stark, dass wir dieses Wissen auch in praktischer Handlung umsetzen. Ja, wahrscheinlich der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug. Ich denke, ja. Und diese Motivation, wenn jetzt aber doch jemand motiviert zuschaut und sagt, okay, ich habe mit dem Darm wirklich Probleme und du ja wirklich die Länder bereist hast, die ja gesund alt werden. Welche, ja, ich sage mal, super Darmkiller nehmen wir täglich zu uns in unseren Gesellschaften, wo du sagst, hey, das geht gar nicht. Also das macht den Darm wirklich kaputt. Da gibt es auch keine Diskussion. Das muss wirklich von heute auf morgen weggelassen werden. Ja, also wir haben zwei ganz wesentliche Faktoren. Das eine ist natürlich Zucker. Das ist unfassbar, was hier an Zucker gegessen wird. Wenn die Regierung so gut mit uns meinen würde, würden sie als erstes auf Zucker eine Steuer wie auf Nikotin belegen. Dann würden sie damit beweisen, dass ihnen das Wohl der Gesundheit der Menschen am Herzen liegen würde. Dann haben wir die Omega-6-Fettsäuren. Ganz großes Thema. Auch hier sind immer noch Missverständnisse, Unklarheiten, die noch nicht richtig transportiert werden. Ich denke da nur an Leinöl, wo man sagt, dass viel Omega-3 enthält. Es sind leider nur das inaktive Omega-3, das uns heute gar nichts nützt. Im Gegenteil, es enthält sogar ganz viel Omega-6, aber gar nichts von dem Omega-3, von dem aktiven Omega-3, das wir brauchen, EPA und DHA-Fettsäuren. Und das wird immer noch auch von Ernährungswissenschaftlern falsch kommuniziert, weil wir heute im Bundesdurchschnitt 15 Mal so viel Omega-6-Fettsäuren im Blut haben als Omega-3-Fettsäuren. Und wenn so ein eklatantes Missverhältnis besteht, darf kein inaktives Omega-3 mehr in den Körper kommen. Also diese Alpha-Linolensäure. Genau. Und wir sprechen heute von Entzündungsaltern, das nur dadurch entsteht, weil zu viel Omega-6 im Blut ist und das rote Blutkörperchen nur zu zwei Prozent aus guten Omega-3-Fettsäuren besteht. Es sollte aber zu acht Prozent aus EPA und DHA bestehen. Wenn es aber nur zu zwei Prozent daraus besteht, kann es sein entzündungseindämmendes, biologisches Potenzial gar nicht ausreizen. Das heißt, wir haben das rote Blutkörperchen, aber es hat gar nicht die Zusammensetzung, die es bräuchte, um seine mögliche Funktion ausüben zu können. Und von daher ist es wichtig, dass wir aquatische Fettsäuren uns zuführen, also EPA und DHA, bekommen wir aus Algen. Das Fraunhofer-Institut hat vor einigen Jahren die Nano-Alge und die Schizophytum-Alge identifiziert. Algen, die wir in Süßwasser züchten können unter ganz einfachen Bedingungen, ganz natürlich mit großen positiven Auswirkungen für die Umwelt, weil sie tun im Wachstum CO2 umwandeln in O2. Das heißt, wir lösen sogar noch ein klimatisches Problem. Wir brauchen extrem wenig Wasser und können an Biomasse, an Aminosäuremasse, ich glaube, für ein Kilo Fleisch braucht man 250 Quadratmeter Weideland und man braucht 125.000 Liter Wasser, um ein Kilo Fleisch entstehen zu lassen. Für ein Kilo gleichwertiger oder höherwertiger Aminosäuren aus Algen braucht man nur 5 Liter Wasser und 25 Quadratmeter. Also siehst du auch die Zukunft der Aminosäurenquellen in den Algen? Jetzt haben wir EPA, DHA in den Algen. Das sind die beiden Hauptfaktoren, die der Mensch auch braucht. Wir brauchen das auch für unsere Wahrnehmungsorgane. Die Hirnstrukturen, auch unsere Augen, Ohren, alles womit wir wahrnehmen, ist aufgebaut auf DHA-Fettsäuren. Das heißt, umso weniger DHA-Fettsäuren wir in unserem System haben, umso geringer ist unsere Wahrnehmungsfähigkeit und damit unsere Fähigkeit, voll bewusst im Alltag zu agieren. Also empathisch, visionär, vorausschauend. Denn aus unserer Wahrnehmung heraus ergibt sich ja dann auch, wie stark wir verbunden sind mit unserer Umgebung, auch verbunden sind mit der Natur. Wir sehen ja eine Entwicklung, wo wir uns immer mehr zu einem Autismus gegenüber der Natur hin entwickeln und gar nicht mehr die Zusammenhänge, die uns bewusst sind, wie wir alles miteinander verbunden haben und schon gar nicht erkennen, welche wundervollen Heilkräfte Menschen aus allen Zeiten, in allen Kulturen entdeckt haben und wo sie Wissen weitergegeben haben um die Wirkung der Heilpflanzen. Da ist so viel Potenzial, was uns zur Verfügung steht und was unser Körper dankbar aufnehmen würde, wenn wir es zulassen würden. Gerade beim Thema Heilpflanzen in Bezug auf die Darmgesundheit, mit welchen arbeitest du jetzt bei dir in der Praxis gezielt, um die Entzündungen und eben auch die Darmflora wieder in den Griff zu kriegen? Wenn zu mir Menschen an Stein oder mehr kommen, zur Kur für sieben oder vierzehn Tage, dann steht im Mittelpunkt immer eine präzise Diagnose. Das heißt, wir müssen genau wissen, was ist da los. Das kriegen wir über moderne Labordiagnostik und über Stuhldiagnostik. Das heißt, wir gucken sehr ausführlich, wie der Darm, der Kot aussieht. Das wird eingeschickt und wir kriegen einen sehr umfassenden Analysebericht und sehen dann genau, wo sitzen die Entzündungsprozesse, welche Darmbakterien fehlen, wo sind Gleichgewichte verschoben und dann wissen wir genau, wo wir ansetzen müssen, um das entsprechende Gleichgewicht wiederherzustellen. Und heute können wir aus einer großen Vielzahl von Probiotika auswählen, um für den Patienten individuell genau das Passende auch zu geben. Und selbst da müssen wir noch variieren, weil der Darm lebt von der Diversität, von der Vielfalt unterschiedlicher Bakterienfraktionen und die müssen wechselnd auf dem Körper zugeführt werden, plus die Nährstoffe und Nahrungsmittel, die das Bakterium braucht, um sich auch vermehren zu können. Also kriegt der Patient noch mal individuell auch Nahrungsmittel, die ihm zuträglich sind, um seine Darmflora individuell? Genau. Wir haben genau definierte Nahrungsmittel, die eingesetzt werden müssen in so einer dreimonatigen Darmaufbauphase, wo der Körper ganz viele sogenannte Präbiotika braucht. Das sind genau die Nahrungsmittel, das sind vergehrte Nahrungsmittel zum Beispiel, denken wir an Sauerkraut, Dinge, die dem Körper mehr zugeführt werden müssen, damit sich diese Bakterienstämme dann auch entsprechend schnell ausbreiten können. Und dann ist immer ganz wichtig, dass wir nachkontrollieren. Denn jede Therapie braucht immer wieder die Beobachtung, wirkt es oder wirkt es nicht. Wir sind lange aus der Zeit raus, wo wir einfach Naturheilmittel geben und darauf hoffen, dass alles gut wird. Wir beobachten heute genau über die Labordiagnostik, hat das Naturheilmittel die entsprechenden entzündungseindämmenden Wirkungen und führt es am Darm zu einem Aufbau der Bakterienstämme, die vorher im Minus waren, dass die ins Plus kommen. Mich würde jetzt auch interessieren, gerade in Bezug auf die Entzündungshemmung, wie gehst du individuell bei den Patienten vor, um eben auch die Mittel auf sie abzustimmen, in Bezug zum Beispiel auch auf Infusionen. Da hast du ja auch eine ganz individuelle Lösung. Also einerseits hilft uns die präzise Labordiagnostik rauszufinden, wo sind die Defizite, das können wir dann auffüllen. Übers Blut machst du das auch? Übers Blut. Ob das dann Folsäure ist oder wenn wir sehen, dass im Darm die schützenden Fettschichten gestört sind. Da gibt es das Phosphatidylcholin, das ist eine Art Lecithin, das dazu beiträgt, dass sich die Darm, die schützenden Mucosa und Fettschichten, die über den Darmebiterien sind, dass die wieder aufgebaut wird. Weil gerade bei Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Reizdarm, haben Patienten katastrophal entzündete Darmschleimhäute. Das heißt, die müssen schnellstens eine schützende Schicht entwickeln, damit das nicht immer tiefer eindringt und es dann zum Leaky Gut kommt. Also sowas kann man als Infusion geben. Dann aber natürlich auch als Tabletten, dann auch als Algen-Extrakte, die sogenannten Alginate, die wir im Knotentank zum Beispiel haben, in Chlorella, im Ascophyllum nodosum, im Fingertank, in Rotalgen. Das sind Alginate, das sind besondere Schleim-Extrakte, die auch die Schleimhaut schützen. Also Algen sind ein wertvolles Heilmittel für den Darm. Dann Weihrauch, eine ganz wichtige Heilpflanze, Myrre, super wichtige Heilpflanze. Also Weihrauch und Myrre können wir beides hochdosiert als Extrakte geben, auch Kurkuma. Also für mich ist Kurkuma, Weihrauch, Myrre, das sind die drei Schlüssel-Extrakte, die heute nicht nur als Infusion, sondern eben auch in Kapselform gegeben werden können. Das ist ja oft auch der Punkt, dass wir dann überfordert sind mit den ganzen Anbietern und dann sagt der eine, ja, da sind wieder Verschmutzungen und hier ist die Kapselhülle nicht aus dem, was man gerne hätte. Was sind für dich so die wichtigen Eckpfeiler, gerade bei Nahrungsergänzungen oder Heilkräutern? Worauf achte ich am besten da? Wir müssen schauen, auf dem Markt ist ja eine unglaubliche Vielzahl. Und das hat mich schon immer gestört, dass viele an vielen Stellen Werbung gemacht wird, wo aber letztendlich ganz, ganz wenig nur drin ist in der Tablette. Das hängt mit der Gesetzgebung, mit vielen Dingen zusammen. Und so ist mal die Firma Etnohels auf mich zugekommen und hat mich gebeten, aus der Weltmedizin heraus die 35 besten Rezepturen zu definieren. Und sie haben mir versprochen, wenn ich das tue, dann produzieren sie die in höchster Qualität, in höchster Reinheit. Und das haben sie inzwischen auch gemacht. Und das sind jetzt Naturrezepturen, wo ich dahinter stehe, die auf wissenschaftlicher Grundlage bestehen. Und da ist ein sogenannter Inflammkomplex. Da sind die wichtigsten Heilpflanzen drin. Da ist auch Ingwer mit drin, auch eine wunderbare Pflanze, wo ich auch immer wieder erstaunt bin, wie Entzündungswerte runtergehen, wenn man Ingwer als Infusion gibt oder dann Ingwertee über den Tag verteilt dringt. Das hat enorm positive Auswirkungen auf den Darm. Aber dann auch das Kurkumin ist da mit drin, als Entzündungshemmer. Reines Kurkuma-Pulver, was essen, reicht nicht aus. Man müsste mehrere hundert Gramm am Tag nehmen, um auf die Wirkung zu kommen, die drei, vier Kurkumin-Kapseln haben. Dann Weihrauch ist extrem wichtig. Aber dann haben wir auch das Quercetin und das Resveratol. Das sind Antioxidantien aus der Weintraube, aus der Guave, ist da auch mit drin. Also da sind die wichtigsten Entzündungshemmer drin, die bei Hashimoto, bei allen chronisch-degenerativen Erkrankungen, also bei all den Erkrankungen, wo wir erhöhte Entzündungswerte im Blut und im Darm feststellen, da ist dieser Infarmenkomplex einfach sensationell. Es gibt einen Zellschutzkomplex, da sind jetzt Dinge drin wie Sulforaphan aus den jungen Brokkolisprossen, da ist Kapuzinerkresse drin, Meerrettich, also alles, was wir aus unserer klassischen Naturheilkunde schon immer wussten, was wir jetzt als hochkonzentrierte Extrakte einsetzen können, um solche Entzündungsprozesse runterzufahren. Ja, und das sind auch die Senföle bei Krebs und solche Geschichten. Senföle, Glucoside sind da drin, ganz genau. Es gibt unglaubliche Studien über die Wirkungen, gerade auch bei Krebserkrankungen. Man hat die maßgeblich bei Tieren, diese Studien, weil bei Menschen ist eine riesige Investitionssumme notwendig, um das bei Menschen alles zu testen. Und wir erleben heute die Situation, dass nur pharmazeutische Firmen mit großem finanziellen Aufwand durch das Bürokratienadelöhr durchkommen. Und das würde sich bei Naturprodukten selten lohnen, weil man dann hinterher eben kein Patent kriegt auf Weihrauch oder Brokkoli. Ja, klar. Und das macht die Sache so unschön für uns Menschen allgemein. Aber das ist eine Entscheidung, die die Weltengemeinschaft getroffen haben, dass sie nur Dinge anerkennen, die über diesen pharmazeutisch-bürokratisch gesteuerten Weg dann ihre Zulassung bekommen. Aber das heißt ja nicht, dass die Wissenschaft auf der anderen Seite inzwischen immer deutlicher zeigt, was wirkt, das sehr gut belegen kann. Und dass wir als Ärzte, als ganzheitlich orientierte Ärzte, das dann auch in unseren Alltag mit einbauen können. Und wie gesagt, das Besondere, alles, was wir in Hochdosis Naturmedizin einsetzen, kontrollieren wir in definierten Abständen immer. Gehen die Entzündungswerte runter, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Macht es eigentlich auch mal Sinn, so in die Selbstfürsorge zu gehen, dass man sagt, ich gehe jetzt einfach mal eine Woche zu dir und mache mal einen kompletten Check-up. Ich habe jetzt zwar keine Beschwerden, aber ich möchte mal überprüfen, ist mein Darm in Ordnung? Einfach um so ein Folge-Schaden, Kollateralschaden schon mal präventiv vorzusorgen? Klar. Also aus meiner Sicht ist das Gesundheitssystem der Zukunft sehr stark präventiv orientiert. Weil wie gesagt, die Schulmedizin hat bei chronisch-degenerativen Erkrankungen nichts zu bieten, außer Schmerzbekämpfung. Bei Rheuma zum Beispiel. Und das Problem muss in der Prävention angepackt werden. Und da die meisten Menschen heute von innen heraus, aus so einem inneren Ankerpunkt sowieso schon wissen, was sie eigentlich tun müssten, liegt das Problem von uns Menschen. Dafür sind wir Menschen. Als Menschen sind wir sehr ulkig. Machen viele von uns gerne das, was ihnen nicht gut tut. Und sehr ungerne das, was ihnen gut tut. Da spielen verschiedene Mechanismen eine Rolle in unserem psychologischen Sein. Da ist ein Mangelbewusstsein. Da sind viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Aber wer für sich die Entscheidung trifft, gerade jetzt nach Corona sein Leben auf eine ganz neue Ebene zu stellen, der hat die Möglichkeit, durch moderne Diagnostik bei uns inspiriert, motiviert zu werden, Dinge neu anzupacken. So eine Reise zu sich selbst. Ich finde auch, es ist ein schöner Weg, um sich selber kennenzulernen. Das ist jetzt noch der feindschaftliche Bereich, der auch noch dazu kommt. Wie kann ich am Burnout arbeiten? Was treibt mich? Was peitscht mich durch den Tag? Wie kann ich runterkommen aus der Adrenalindominanz? Welche runterfahren? Meine innere Mitte stärken, um für mich wacher und klarer das wirklich Wesentliche hinter all dem scheinbar so Wichtigen erkennen zu können. Dieser große Bereich kommt natürlich auch dazu. Das heißt, wenn jemand nach Steinhudern stand oder mehr zur Kur kommt, Das hört sich schon so nach Wellness an. Also wenn ich das so... Kommt Wellness, Psyche und Immunstärkung. Das kommt alles zusammen. Und ich will Lust machen. Lust machen darauf, dass Leben mehr ist als nur mit... Stell dir vor, du fährst mit einem Fahrrad jeden Morgen zur Arbeit und dein Reifen ist nur zu 20 Prozent aufgepumpt. Und ich will Lust darauf machen, wie fühlt sich Leben möglicherweise an, wenn der Reifen ganz aufgepumpt ist? Wenn er voll, prallvoll aufgepumpt ist, kann ich da nicht viel leichter radeln? Komme ich nicht viel weiter? Kann ganz neue Dinge, auch neue Ziele entwickeln und erreichen? Und darauf will ich Lust machen. Ich möchte nicht, dass jemand kommt aus Angst vor dem Tod, sondern weil er Lust hat auf das Leben seines mitgegebenen biologischen Potenzials. Ja, wow. Ja, cool. Ich glaube, das sind so die neuen Wellness-Wochenenden, wo wir früher vielleicht einfach nur da lagen und irgendeine Zeitschrift gelegen haben und in die Sauna gegangen sind und jetzt wirklich so diesen ganzheitlichen Mehrwert mitnehmen, wo wirklich Körper, Geist und Seele in Einklang gebracht wird. Wunderschön. Ja, vielen Dank, lieber Ingfried, dass du heute da warst. Wenn sich die Zuschauer dazu nochmal informieren möchten über solche ganzheitlichen Wege, du jetzt auch als Experte, der wirklich an die Ursachen der Krankheiten geht, gibt es da Möglichkeiten, Quellen? Ja, meine Bücher, die Ethno-Health-Apotheke oder über meine Webseite drhobert.de oder wir geben noch Links am Ende des Interviews nach unten im Text. Da gibt es viele Möglichkeiten. Super. Ja, dann vielen Dank, dass du heute da warst und bis bald hoffentlich wieder. Ja, vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, also es ist ein wunderschönes Modell doch heutzutage wirklich, um mit sich nochmal in einen ganz neuen Prozess der Heilung zu gehen, ob man eben schon den Darm als Signalgeber bekommen hat oder auch nicht. Es gibt immer Wege, eben in die Selbstverantwortung, in die Heilung zu gehen. Umso schöner, dass unsere Gäste die großen Wege auf sich genommen haben, die ganze Welt zu bereisen, um uns die Crème de la Crème, ja, der Heilmittel zu präsentieren. Falls Sie weitere Infos möchten, gehen Sie gerne auf unsere Webseite www.qs24.tv, da finden Sie alle wichtige Informationen zu unserem Gast. Vielen Dank fürs Zuschauen und eine gute Zeit wünsche ich Ihnen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.